hallo meine lieben freunde hier sind wir schon wieder bei let's play the let's starten wir hier beim hauptmenü weil ich euch was zeigen will was was sofort dann startet wenn wir den speicher starten also machen wir es mal da fängt schon an ich habe auf dich gewartet der auserwählte du hast unzählige gefahren überwunden und die sechs weisen erweckt nun wartet deine größte aufgabe ein letztes zusammentreffen mit gandorf dem großmeister des bösen wo du aufprichst solltest du meinen worten lauschen so höre den denn die legende die sich die schicker über das treibhaus erzählten okay machen wir mal ne es befindet sich im heiligen reich dies ist ein ort der auf die wünsche deines herzens reagiert ein schwarzes herz macht es zum wort des übels ein reines herzen aber verwandelt es in ein paradies das trifos symbol der macht bürgt das im gleichgewicht der dreier kräfte weisheit mut und kraft sind diese kräfte ausgeglichen im herzen des trifos trägers hat er die macht zu ihm gerecht zu herrschen doch ist das herzen nicht im gleichgewicht so spaltet sich das trifos in seine drei fragmente nur ein fragment bleibt ihm jenes nämlich dass es zu der kraft gehört an die er selbst am meisten glaubt wer nun alle macht zu erhalten muss er die andere fragmente des trifos finden noch zwei von schicksal erwähnt und tragen je ein trifos element als symbol auf ihren handdrücken handdrücken okay haben wir ja gehört sieben jahre zuvor drang gandorf in das heilige reich ein dessen zugang du in der citadelle der zeit geöffnet hast als seine hände das trifos berührten wurde die legende wahr als das trifos in drei teile zerbrach gelang es zu gandorf lediglich das trifos fragment der kraft zu erringen durch die macht des trifos teils wurde seine teutlichen kräfte verstärkt doch sein drang böses zu tun ist noch nicht befriedigt daher suchte er nun die 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 auserwählten wurden auserwählten präger der anderen trifos elemente zu sein der auserwählte mit dem symbol des mutes bist du du link ja du link ja das symbol der weisheit trägt der siebte weise dessen bestimmung es ist zum meister aller zu werden wo um ein gott ja so sieht aus sie kann nämlich die ganze zeit feller ich bin es ja verzeih dass ich ich stets in dieser verkleidung aufgesucht habe doch es war nötig da ich mich vor gandorf verstecken musste heute vor genau sieben jahren suchte gandorf mit seiner horde wilder kriegerinnen ich habe dich schön gesehen als ich mit impa zusammen aus dem schlossflug das 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 der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es in Gandalf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte. Es ist geschehen. Als du das Toten zur Zeit betreten hast, entbande dich das Schwert sieben Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Trifos fiel in Gandalf's blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Gandalf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Rishika zu enttarnen und so meinen Schicksalen zu entgehen. Ich wartete sieben Jahre. Doch, nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gefehlt. Die sechs Weisen werden nun neue Siegel geschaffen und Gandalf für immer in den Tiefen der Hölle verbannt. Ist dies verbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Gandalf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Heiligung verschwinden. Link, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu gründen, musst du mich schützen, bis der Plan verbracht ist. Nimm die Waffe an dich, die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heilige Pfeile des Lichts. Okay. Die heiligen Pfeile. Wird noch größer. Es funkelt so schön, ich weiß. Warte kurz mal. Warte kurz mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018